Angenommen, die AfD wird Regierungspartei. Was bedeutet dies für die deutsche Sicherheit? Fordert Einstellung der Waffenlieferungen an Ukraine und teilweise gute Beziehungen von AfD-Politikern zu Russland? Da müssten wir erstmal in der Theorie durchrechnen, wie wird sie Regierungspartei? Reden wir von Alleinherrschaft, weil sie in Wahlen über 50% der Mandate gewinnt? Oder führt sie eine Koalition mit Union und Werteunion oder was auch immer? Ja, Werteunion ist ja Maaßen, der hat sich ja auch sehr verständnisvoll gegenüber Russland gezeigt. Also würde ich dort eine ähnliche Außenpolitik erwarten von der Werteunionspartei wie von der AfD. Union ist klar, dass die auf der ukrainischen Seite ist und das wäre dann im Rahmen eines Koalitionsgesprächs. Wenn wir mal uns vorstellen würden, dass die AfD mit der Union koaliert, dann sollten wir erwarten, dass die Union nicht in jeder Hinsicht einknickt, sondern ein paar Dinge, ein paar Grenzen zieht. Und die größten Konflikte zwischen beiden bestünden wahrscheinlich in der Außenpolitik. Denn wirtschaftlich, ich habe die Parteiprogramme beider Parteien schon lange nicht mehr gelesen, aber ich habe das Gefühl, dass die Union grundsätzlich in Dingen häufig eine erheblich weniger radikale Position vertritt, aber nicht zumindest fundamental oppositionell dazu ist. Also was weiß ich, was Migration angeht, mag die AfD radikal sein, aber die Union ist zumindest nicht auf der Gegenseite des politischen Spektrums. Sie ist schon irgendwo in die ähnliche Richtung tendiert. Halt viel, viel moderater. Und da würde man dann irgendwo Kompromisse in der Mitte finden und dann wäre es halt die Frage, würde die Union, gerade wenn sie der Juniorpartner wäre, würde die sich, also wie Sie merken, das ist wilde Spekulation, denn wo eine Union die Grenze ziehen würde in einem solchen Fall? Und aktuell schließen sie ja weiterhin aus, jede Zusammenarbeit. Wo in einem solchen Fall die Union die Grenze ziehen würde, würde auch vom Personal abhängen. Ist der dann der Vorsitzende, ist es dem wichtiger, dass er Minister wird einer AfD-Regierung, als dass er seine Prinzipien zum transatlantischen Verhältnis durchsetzt? Ist es ihm wichtiger, dass er die Ukraine unterstützt, als Minister zu werden? Ist er bereit, darum zu verhandeln und es zu riskieren, dass es darüber scheitert oder nicht? Ich meine, letztendlich, wenn wir nicht von der Alleinherrschaft reden, dann haben wir Koalitionen, was bedeutet, jede Seite gibt in ihren Positionen nach. Und wenn wir von der Alleinherrschaft reden, dann ist noch das nächste Problem, dass die Realität halt häufig dem im Wege steht. Die selbst, selbst radikale Parteien können in der Regel nicht alles sofort um 180 Grad umdrehen, weil einfach die Infrastruktur, die Strukturen dem im Wege stehen. Das Bundesverfassungsgericht ist besetzt von Richtern, die ausgewählt wurden von SPD und CDU mehrheitlich. Und die sind, glaube ich, auf zehn Jahre gewählt. Also verzeihen Sie mir, das sind, irgendwann habe ich das hier mal zu Schulzeiten gelesen, das ist aber heute auch nicht mehr wirklich mein Problem, wie genau und wie lange das Verfassungsgericht besetzt wird. Aber zum Beispiel, die können dann in irgendwelche Dinge reingrätschen und dann müsste also die Union lange genug an der Macht bleiben, die AfD lange genug an der Macht bleiben, um die Verfassungsrichter zu ersetzen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Dinge, die dann zwischendurch noch reingrätschen können, wo es dann sehr schnell auch eine Radikalposition sich erweichen kann. Von daher ist es wildes Herumgerate, wie die AfD dann reagieren würde. Also, dass die, wie die politisch zu Russland steht, ist hinreichend bekannt. Dass es zwar ein paar in der Partei noch gibt, die die Ukraine unterstützen wollen und dass es ein paar gibt, wie gesagt, Dr. Rainer Kraft honoris cui honorem, Ehre wem Ehre gebührt. Dr. Rainer Kraft, der für den Taurus an die Ukraine gestimmt hat, als AfD-Abgeordneter. Aber diese Fraktion, die eine vernünftige Außenpolitik in der AfD vertritt, ist natürlich eine Minderheit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.